Gestern war die große Jahreshauptversammlung bei RWE. Wir sprechen heute im Talk darüber, wie es finanziell beim Verein aussieht, wer die großen Gewinner und Verlierer der Jahreshauptversammlung gestern waren. Und wir sprechen auch über den kleinen Eklat, den es gestern gab in Bezug auf Markus Ulich und Sascha Pelljan, die beiden, die dieses Jahr aus dem Vorstand ausgeschieden sind. Außerdem schauen wir auch noch mal auf das Niederrhein-Pokalspiel gegen Hilden und werfen einen Blick auf das nächste Ligaspiel gegen Dynamo Dresden. Hallo aus Essen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres RWE Talks. Ich sitze hier mit den beiden RWE-Experten Martin Herms und Christian Brausch. Mein Name ist Katrin Böcker, ich bin Redakteurin in der Essener Redaktion der WAZ und beschäftige mich da häufig mit RWE-Themen. Wenn euch unser Talk gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, entweder bei YouTube oder da, wo ihr am liebsten Podcast hört. Ja, gestern war die Jahreshauptversammlung von RWE. Das wird heute unser Hauptthema sein. Wir steigen direkt ein. Vor der JHV gab es ja einigen Protest von Fans. Da wurden bei den Heimspielen Transparente hochgehalten, die sich vor allem gegen den Aufsichtsrat gerichtet haben. Da stand dann sowas drauf wie Amateure am Ruder. Martin, du warst ja gestern vor Ort. Wie war denn die Atmosphäre? Hat man davon was gespürt oder war am Ende doch alles ganz entspannt? Wie war es vor Ort? Ja, sehr wenig. Also statt Gegenwind gab es eher ein laues Lüftchen, das der Vereinsführer entgegenwehte. Also ich persönlich habe auch gedacht, dass es da ein bisschen mehr zur Sache geht. Du hast die Proteste angesprochen bei den letzten beiden Heimspielen. In sozialen Netzwerken wurde viel geschrieben. Es gab dann nochmal ein zusätzliches Plakat vor der Messeessen, vor dem Saal. Aufsichtsrat nicht entlasten. Aber am Ende des Tages hat es der Feinheit geschafft, den Kritikern so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Man hatte A, hat man die Fakten auf der Seite gehabt. Man hat eine ganz gute Bilanz vorgestellt. Dazu kommen wir gleich noch. Ja, ich finde gerade die beiden Vorstände haben es geschafft, das sehr, sehr überzeugend rüberzubringen. Und ja, man hat es auch, glaube ich, ganz gut unterbunden, dass es da keine Zwischenrufe gab. Man hat ja bewusst auch dann immer darauf verwiesen, dass, wenn man Anliegen hat, nach vorne kommen soll. Und es ist eben was anderes, auf so einer Bühne vor so vielen Leuten Personen entgegenzutreten, die sehr redegewandt sind. Und dann an dem Tag eben die Fakten auf ihrer Seite hatten. Vielleicht, bevor wir noch tiefer in die Analyse gehen, für alle, die nicht so tief im Thema sind, erklärt doch mal kurz, was passiert überhaupt bei so einer Jahreshauptversammlung von RWE? Was sind da die wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung? Wichtigsten Punkt auch für Tagesordnung, gut, es gibt ja bei Jahreshauptversammlung immer wieder so Standardthemen, sprich Ehrung, Jubilare, Gedenken der Toten. Aber die Hauptthemen waren natürlich die Vorstellung der beiden Geschäftsberichte. Also die Bilanz, da ging es einmal um das Jahr 2023 und um das Rumpfgeschäftsjahr 2024, sprich das erste Halbjahr vom 01.01.2024 bis zum 30.06. Diese Bilanzen hat man vorgestellt. Wichtigster Punkt, dann gab es eben noch die Geschäfte der einzelnen Gremien, Ehrenrat, Vorstand, Aufsichtsrat. Und dann gab es eben die Entlastung, sprich von Vorstand und Aufsichtsrat, die auch dann erfolgt ist. Und am Ende des Tages wurde auch noch ein Wahlausschuss neu gewählt. Also das waren so die großen Punkte und da können wir gleich noch im Einzelnen drauf eingehen. Okay, dann starten wir doch vielleicht mal mit dem Thema Finanzen. RWE geht mit einem Plus raus am Ende des Jahres, 24.000 Euro. Wenn man sich nicht so auskennt, könnte man denken, das ist vielleicht normal, dass man mit einem Plus am Ende rausgeht. Ist das so normal oder ist das bemerkenswert? Es ist nicht normal in der dritten Liga. In der dritten Liga ist es richtig schwer, Geld zu verdienen, weil viele Vereine das als Durchgangsliga sehen, vor allem die großen Traditionsvereine, die wieder in die zweite Liga möchten. Und da muss man richtig viel Geld in die Hand nehmen, um sich da auch wirklich durchzusetzen. Und da haben wir in den letzten Jahren schon einige ein Lied von singen können, wie schwer es ist das wirklich dann auch auf solide Beine zu stellen, so ein finanzielles Fundament. Und es gibt immer mehr Vereine, die dann im dritten, vierten Versuch ordentlich zurückrudern müssen, den Etat zurückfahren müssen. FC Ingolstadt ist ja zum Beispiel, die schon angekündigt haben, wenn sie nicht aufsteigen müssen, müssen sie ordentlich zurückrudern. Und daher ist es tatsächlich schwierig, eine schwarze Null in dieser dritten Liga hinzubekommen. Daher ist das wirklich dann eine vernünftige Zahl, die, und das muss man auch fürs Protokoll noch einmal sagen, jetzt keine Bilanz ist, die dem aktuellen Vorstand komplett anzurechnen ist, sondern die noch auf das Konto geht von Markus Ulich, Sascha Pellian und seit letztem September dann auch Alexander Rang, seit er da eingestiegen ist. Ja, ganz genau. Also es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist eine, wir reden hier von der dritten Liga, die hat halt den Riesen-Nachteil, dass es eben nicht die gleichen TV-Gelder gibt, nicht mal ansatzweise im Vergleich zur zweiten Liga. Und von daher war es schon okay, dass man es hinbekommen hat, eine schwarze Null dann am Ende zu schreiben. Ja, es geht ja auch darum, es wurde auch ganz deutlich angesprochen, der Umsatz ist ja gesteigert worden. Man hat irgendwie knapp 20 Millionen, 19,8 Millionen Umsatz gemacht in diesem Jahr. Und ja, das Problem ist eben, dass zu wenig Geld dann bei der ersten Mannschaft landet. Das war so das Hauptproblem. Das hat man dann versucht, so ein bisschen aufzudröseln, woran das liegt. Natürlich hoher Kostenapparat. Wenn du dann solche Heimspiele hast wie Rot-Weiß Essen, dann hast du da entsprechend auch Kosten. Und das wird so das Hauptziel sein, weil am Ende des Tages kommt zu wenig Geld bei der ersten Mannschaft an. Und das ist eben das Tagesgeschäft. Wie will man das denn ändern? Ja, wie will man das ändern? Man hat ja so ein paar Ideen natürlich vorgestellt. Es geht natürlich darum, ja, Kosten einzusparen in gewissen Bereichen. Man hat ja so kleinere Maßnahmen schon auf jeden Fall, ja, in die Tat umgesetzt. Fanshop im Limbecker Platz wurde gestoppt. Da setzt du die richtige Maßnahme. Das weiß ich nicht. Aber am Ende des Tages, ja, wirst du da wahrscheinlich auch nur so im Weihnachtsgeschäft ein bisschen Geld verdienen. Ja, das wird so die entscheidende Frage sein, wie sie es am Ende dann machen wollen. Weil am Ende sind es, glaube ich, 5,5 Millionen Euro, die bei der ersten Mannschaft landen von 20. Das ist halt unterm Strich zu wenig. Das sind knapp 29 Prozent. Marc-Nikolai Pfeiffer hat das vorgerechnet. Im Liga-Vergleich kommen halt so im Schnitt 34 Prozent des Gesamtenetats bei der ersten Mannschaft an. Und da hing Rot-Weiß noch ordentlich zurück. Das große Thema war einfach Effizienz. Dass man das, was man macht, effizienter macht. Dass man mit weniger Leuten mehr Output generiert. So ist es auch im Vertrieb, wo man weniger Stellen mittlerweile hat. Und die Erlöse, so wie es Alexander Rang gesagt hat, gesteigert hat. Und ich glaube, ein großer Punkt ist auch einfach dieser Spieltagsbetrieb. Da hat Marc-Nikolai Pfeiffer gesagt, dass die Kosten noch zu hoch sind, um so ein Heimspiel auszutragen. Und da will man in nächster Zeit auch ran, um die Kosten ein bisschen zu senken. Und alles, was gesenkt wird, soll dann in die erste Mannschaft fließen. Es kann natürlich dann auch nicht sein, dass man es an allen Stellen mit weniger Leuten macht. Das macht man ja auch nicht. Wir reden ja da über die beiden Sportdirektoren. Die Verträge wurden ja auch verlängert. Sprich, da gönnt man sich ja auch, dass man da zwei Leute hat, die da im vorderen Bereich arbeiten, im sportlichen Bereich. Und deswegen, man muss dann irgendwie so einen Mittelweg finden, glaube ich. Man darf jetzt auch nicht irgendwie an allen Ecken und Enden Stellen streichen, sondern muss schauen, dass man in anderen Bereichen effizienter wird. Wir haben in den letzten Folgen öfter über eine Gruppe gesprochen, die ja auch mal die Opposition genannt wurde in Bezug auf den Aufsichtsrat. Nehmt uns da mal mit auf die JHV. Was hatte es da mit auf sich? Wie waren da die Entwicklungen? Ja, wir haben ja im Vorfeld viel darüber diskutiert, ob Opposition tatsächlich der richtige Begriff ist. Am Ende des Tages muss man sagen, er war es dann wohl doch nicht, weil so groß war dann diese Gruppierung eben nicht. Ich habe zuletzt häufig von Vereinskritikern geschrieben. Das ist, glaube ich, auch so, das trifft es momentan ein bisschen besser. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass zumindest einige Kandidaten, die den Anspruch haben, im nächsten Jahr in den Aufsichtsrat gewählt zu werden, mal die Initiative ergreifen und vielleicht mal die Bühne nutzen, um ihr Anliegen vorzutragen. Weil am Ende des Tages kannst du halt sehr, sehr viel auf Plakate schreiben, eine deutliche Kritik üben, am Ende muss auch was dahinter stecken. Da muss man auch mal sich hinstellen und klar definieren, was man dem aktuellen, was man der Vereinsführung angreift und was man vielleicht besser machen möchte. Gut, das kann vielleicht noch passieren. Am Ende des Tages ist die Aufsichtsratwahl erst im nächsten Jahr. Man hat ja gesehen, durch die Wahl des neuen Wahlausschusses, dass es möglich ist, in die Gremien von Rot-Weiß-Essen zu bekommen. Also so viel zum Thema Vetternwirtschaft. Wenn man es schafft, sich ordentlich zu bewerben, wenn man das entsprechende Profil mitbringt und es schafft, die Mitglieder zu überzeugen, ja, dann kann man da auch reinkommen. Weil wir sind ja nicht bei Al-Hilal oder bei Heidug Split. Das ist am Ende ein demokratisch geführter Verein. Und die Chance hat man ja noch im nächsten Jahr, in den Aufsichtsrat zu bekommen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieses Gremium durchaus eine Auffrischung vertragen kann. Thema Altersstruktur. Dann gibt es ja Leute, die ausscheiden mit André Helf. Es kann ja nicht schaden, wenn es da Leute finden, die ein gewisses Know-how mitbringen, die Kontakte vielleicht zur Wirtschaft mitbringen und dann eben sich dann reinwählen lassen in dieses Gremium. Nur dann muss sie natürlich auch mal aktiv werden. Das ist klar. Ich glaube den Verantwortlichen, dass sie sagen, der Aufsichtsrat und der aktuelle Vorstand arbeiten gut zusammen. Aber man hat auch gemerkt, dass der aktuelle Aufsichtsrat nicht so viel Interesse hat an neuen Personen im Umfeld. Das kann gut sein. Ein Beispiel, die beiden, die jetzt in den Wahlausschuss gewählt wurden. Genau, müssen wir vielleicht noch mal sagen für alle. Also es haben sich zwei Kandidaten zur Wahl gestellt, die jetzt neu in den Wahlausschuss gewählt worden sind. Genau, der besteht aus fünf Köpfen. Und zwei davon sind neu. Das sind die beiden, die sich beworben haben. Für drei Jahre jetzt gewählt. Aber es gab von Vereinseite nie ein Schreiben, eine Möglichkeit, die beiden Kandidaten mal auf den offiziellen Kanälen vorzustellen. Das musste in sozialen Medien geschehen. Und über uns. Oder bei uns. Und das ist dann halt schon auch so ein Zeichen, dass da vielleicht gar nicht so viel Interesse besteht, dass neue Leute da reinkommen, sondern dass man gerne in dieser Formation weitermachen möchte. Und ja, es gab ja noch den einen oder anderen Hinweis gestern, dass dann doch nicht alles so lupenrein hinter den Kulissen ablief, in Freundschaft, wie es dann an ganzer Zeit mal propagiert wurde. Ja, aber man kann sich letztlich nicht dagegen wehren, dass Leute in Gremien gewählt werden. Das hat man jetzt gesehen. Also ich meine, der Wahlausschuss hat sich ja en bloc wieder zur Wahl gestellt. Und ja, die beiden haben es dann auf jeden Fall geschafft, ein ganz gutes Bild abzugeben, haben dann die Mitglieder überzeugt, haben mit Christian Hülsmann zusammen die meisten Stimmen bekommen. Und das ist ja auch ein völlig richtiger Weg. Den Text packen wir nochmal in die Folgenbeschreibung, in dem die beiden neuen Bewerber oder die jetzt auch in den Wahlausschuss berufen worden sind, vorgestellt werden. Wie schätzt ihr das denn ein? Ist das jetzt tatsächlich der erste Schritt zu einer Veränderung im Aufsichtsrat oder kann man das noch gar nicht richtig sagen? Schwer zu sagen, glaube ich, weil so viel ist über diese beiden noch gar nicht bekannt, ob sie auch mit Leuten in Kontakt stehen, die im nächsten Jahr den Aufsichtsrat möchten. Die Chance ist auf jeden Fall gegeben, dass Kandidaten zumindest zur Wahl empfohlen werden im nächsten Jahr, die jetzt vielleicht bei dem alten Gremium, wenn es in der alten Konstellation weiter Fortbestand gehabt hätte, dann nicht so empfohlen worden wäre. Deshalb, diese Chance ist da. Was daraus jetzt wird, das wird sich dann jetzt im Laufe der Zeit zeigen. Aber ich denke mal, alleine durch die Tatsache, dass die jetzt nicht offiziell vorgestellt wurden vom Verein, hat man vielleicht schon die Befürchtung gehabt, dass da eine Dynamik in die ganze Geschichte kommt, dass im nächsten Jahr Kandidaten auf der Liste stehen werden, die vielleicht nicht jedem lieb sind. Ja, genau. Also die Gefahr hat man ja gesehen, dass das einfach Kandidaten im nächsten Jahr ohne triftige Gründe abgelehnt werden, weil eben der Wahlausschuss die Vorauswahl trifft. Und ja, dem wollte man jetzt, glaube ich, auch vorbeugen. So, ich glaube, auf Seiten der Kritiker hat man das dann doch positiv zur Kenntnis genommen, dass die beiden gewählt wurden. Aber ich finde es an sich auch ganz ordentlich. Also am Ende des Tages sollen die Mitglieder entscheiden, wer die einzelnen Stellen in den Gremien besetzt. Und da hat man gestern den ersten Schritt gemacht. Wer waren denn für euch unterm Strich die Gewinner und die Verlierer dieser Jahreshauptversammlung? Ja, Christian. Ich habe es so kommentiert, dass es relativ viele Verlierer gab und relativ wenig Gewinner. Es gab ein bisschen Zuspruch dafür. Es gab aber auch einige Kritik von Leuten, die es anders gesehen haben. Gewinner waren für mich Alexander Rang und Marc-Nikolai Pfeiffer, die das Ganze souverän moderiert haben. Auf die paar Rückfragen, die es gab, haben sie gute Antworten gehabt. Und ja, sie haben jetzt vernünftige Zahlen präsentiert, auch wenn sie noch zum Großteil dem alten Vorstand angelastet werden dürfen. Und sie haben einen Ausblick gewährt, der Mut macht. Finanziell gab es schon viel schlimmere Zeiten. Also das war alles soweit in Ordnung. Aber besonders die Nummer um die Angriffe vom Aufsichtsrat in Richtung Markus Wulig und Sascha Pellian hat dann am Ende doch aus meiner Sicht einige Verlierer produziert. Diese Attacken waren unnötig. Wenn die Vorwürfe stimmen, die so hätten gar nicht geäußert werden müssen an diesem Tag, dann sind Sascha Pellian und Markus Wulig weitere Verlierer. Der Aufsichtsrat insofern ein bisschen, dass er befürchten muss, dass er im nächsten Jahr nicht in Gänze wiedergewählt wird durch die neue Zusammensetzung des Wahlausschusses. Und so kann man da schon einige nennen. Und wir kommen wahrscheinlich gleich auch nochmal dezidiert auf das, was der Herr Oehlert da gestern so von sich gegeben hat. Es war zumindest eine menschliche Reaktion von Nota Oehlert. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn du als Aufsichtsrat seit Wochen, Monaten unter Beschuss stehst, scharf kritisiert wirst, dass du dann irgendwann die Faust nicht mehr in die Tasche lassen möchtest und dann vielleicht auch mal ein bisschen was loswerden willst. Das kann ich nachvollziehen. Trotzdem war es an der Stelle absolut überflüssig. Wir haben ja mit Oehlert und Pfeiffer und Rang ja auch ein Interview geführt in der Vorwoche. Und da haben sie es eigentlich auch total, finde ich, plausibel erklärt, dass man den Versuch unternommen hat, mit Sascha Pellian das Gespräch zu suchen, dieser aber einfach abgeblockt hat. Und ich glaube, das hat man verstanden. Das haben die Mitglieder verstanden und aus dem Grund war es meiner Meinung nach völlig unnötig, da nochmal so tief dann in die Schmutzkiste zu greifen. Ja, aber er hat ja in dem Interview auch gesagt, nur Leuten, die sprechen, kann geholfen werden. Er wollte vernünftig... Ja, aber Sascha Pellian spricht... Ja, aber er wollte vernünftig reden und er hat ja auch gesagt, oder die drei Leute, Rang Pfeiffer und Oehlert, haben gesagt, dass sie nicht genau wissen, was eigentlich jetzt zu diesem Zerwürfnis geführt hat. Und dann wenige später mit solchen Attacken zu kommen, ist dann eben, das zeichnet ein anderes Bild als das, was ein paar Tage vorher so gesagt wurde. Und Oehlert hat auch immer wieder betont, man muss vernünftig, man muss sachlich reden, können auch gegensätzliche Positionen aufeinandertreffen, macht einen nur besser in der Summe. Aber dann so eine Geschichte rauszuschießen, einmal für die Leute, er hat ja einmal gesagt, dass Sascha Pellian Markus Wulig einen Vorschuss gegeben hat über 15.000 Euro, der wurde zurückgezahlt und es ist noch nicht hundertprozentig sicher, ob der mit der Satzung konform war. Und da, das ist der Punkt... Ich kenne jetzt keine Satzung, in der es nicht möglich ist, irgendwie einem Mitarbeiter einen Vorschuss zu zahlen. Ja, aber das ist der Punkt, der mich am meisten gestört hat bei der Sache. Es wurde im Konjunktiv geredet und das heißt, wenn es nicht hundertprozentig sicher ist, kann ich so einen Vorwurf mit dem Ausmaß nicht an die Öffentlichkeit bringen. Ich glaube, da sind wir uns an. Ich war völlig deplatziert, weil die private Finanzsituation von Markus Wulig hat an der Stelle einfach nicht zu suchen. Am Ende des Tages reden wir ja auch über einen, der sehr viele Verdienste im Rot-Weiß-Essen hat, der auch mitgeholfen hat, den Verein jetzt dahin zu führen, wo er jetzt eben ist. Und das war einfach... Ohne die Gelder wäre... Sascha Pellian so. Ja, natürlich. Sascha Pellian genauso. Aber ohne die Gelder wäre... Rot-Weiß jetzt vielleicht nicht in der dritten Liga, ohne sein kinsloses Darlehen. Ganz, ganz sicher nicht. Und der zweite Vorwurf war ja der, dass Sascha Pellian sein Sponsoring nutzen wollte, um Personen durchzudrücken im Verein. Dass er sich damit gedroht hat, dass er seine Gelder sonst zurückzieht. Genau. Und ja, da ging es dann halt hoch her. Es war das einzige Thema, über das im Ganzen noch geredet wurde. Der Rest war so ein bisschen außen vor. Die Bilanz war ja sowieso in Ordnung. Und das hätte man meiner Meinung nach anders lösen müssen. Ja, ich glaube, die Geschichte, die man uns verkaufen wollte, dass es zwischen dem Aufsichtsrat und dem alten Vorstand stets gestimmt hat, kann man wohl endgültig in den Bereich der Märchenschieben. Also das Thema ist wohl endgültig durch. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und man provoziert natürlich jetzt auch noch wieder eine Antwort von Ulich oder Pellian. Ob die kommen, weiß man nicht. Sascha Pellian ist ja jetzt keiner, der die Öffentlichkeit sucht. Ob er dazu jetzt irgendwie sich äußern wird, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber alleine diese Vorschussgeschichte im Konjunktiv zu veröffentlichen, da habe ich halt so ein Problem. Aus dem Grund war es einfach deplatziert. Also menschlich nachvollziehbar, dass man sich vielleicht mal wehrt und dann irgendwie mal was loswerden möchte. Aber es hatte einfach dann keinen professionellen Eindruck gemacht. Aber hat vor Ort Wirkung gezeigt, oder? Markus Ulich musste ja entlastet werden als Vorstandsvorsitzender, ehemaliger Vorstandsvorsitzender. Hat dann einige Gegenstimmen gegeben. Genau, es gab dann einen Antrag aus dem Publikum, dass einzeln abgestimmt wird. Also sprich Rang, Ulich und Rang, Ulich und Pellian. Genau, die drei Vorstände, dass man die dann einzeln wählt und entlastet. Und bei Ulich war es sehr knapp. Also es gab 390 Stimmen dafür, aber auch 220 dagegen. Und das hat man schon gemerkt auf jeden Fall. Der Effekt, der war spürbar. Und so greift man Menschen an, die wirklich viel für den Verein gemacht haben. Wenn es am Ende stimmt, wenn beide Vorwürfe stimmen und das eine mit der Satzung nicht konform war und Sascha Pellian theoretisch wirklich gesagt hat, ich möchte mein Sponsoring nur fortsetzen, wenn XY geht. Er wäre ja nicht der Erste im Profifußball. Aber dann kann ich verstehen, dass der Aufsichtsrat so handelt. Dann kann ich verstehen, dass der Aufsichtsrat sagt, so mit uns hier nicht. Oder dass man diese Zahlung sehr kritisch beäugt. Das ist alles in Ordnung. Und dann muss man auch mit Sascha Pellian oder Markus Ulich da härter ins Gericht gehen und sagen, so ging nicht, muss man kritisch beurteilen. Aber besonders die eine Sache scheint ja noch nicht mal 100 Prozent geklärt zu sein, ob es mit der Satzung konform ist. Und daher kann man es. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht konform ist. Er wäre nicht der erste Mitarbeiter, der einen Vorschuss bekommt. Und das Thema Pellian, ich finde es auch total richtig, dass der Verein da reagiert hat und abgelehnt hat, weil man würde sich zu sehr abhängig machen von einer Person. Und wenn er jetzt auch noch dann Vertraute einstellt in die einzelnen Positionen, dann begibt man sich da in eine zu große Abhängigkeit. Und bei Sascha Pellian darf man ja auch schon die Frage stellen, beziehungsweise man kann schon festhalten, dass er recht wankelmütig scheinbar ist. Also richtig Anacetano, wenn er am Ende des Tages dann keine Lust mehr hat, dann bekommt man Probleme als Verein. Wobei eine Sache noch wichtig ist, es gab ja viele Leute, die auch uns angeschrieben haben, bei Reviersport unter Kommentaren gefragt haben, ob er theoretisch jetzt, wenn er wirklich wütend auf den Verein ist, die ganze Summe zurückfordern kann. Und das ist ja nicht so. Alexander Rang hat es bei uns im Interview gesagt. Da gibt es eine klare Absprache. Genau, dass es da klare Absprachen, klare Verträge gibt, dass egal in welcher Liga RWE auch jederzeit in der Lage ist, das zurückzuzahlen. Und das ist komplett strukturiert. Also da kann nicht irgendeiner auf einmal sagen, ich möchte das alles zurückhaben. Ne, da gibt es auf jeden Fall eine ganz klare Absprache. Aber man sieht ja auch, wir reden jetzt die meiste Zeit über dieses Thema, der Chapelle ja Markus Ulich. Und das ist halt, vielleicht war es auch eine Taktik, von vielen Sachen abzulenken. Ja, aber so schlecht lief es ja gar nicht. Es lief ja auch gar nicht so schlecht zu dem Zeitpunkt. Deswegen hat mich das ja so überrascht. Also es gab schon wirklich in dem Saal sehr viel Applaus, sehr viel Zustimmung, sehr viel Zuspruch für den Verein. Und wie aus dem Nichts kommt dann Oellert dann mit dem Hammer um die Ecke. Aber nach diesen Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat gibt es ja quasi noch eine Fragerunde, bevor dann an die Entlastung geht. Und vielleicht war so eine Idee, ein bisschen abzulenken, bevor die Fragerunde kommt und den Fokus auf ein anderes Thema zu lenken. Möglich ist jetzt Spekulation, aber es wirkte schon, ja, nicht wirklich auch abgesprochen. Denn ich habe nochmal nachgeschaut, so gegen 13 Uhr hat Alexander Rang gesagt, an Sascha Pellian gerichtet, er steht bereit, er steht für ein Gespräch bereit. Der ist selber nicht fehlerfrei und er stellt sich auch Kritik. Lass uns reden. Und eine Viertelstunde später haut der Aufsichtsrat so einen raus, wo jegliche Gesprächsbereitschaft auf jeden Fall als Akta gelegt werden kann. Also dass da auch vermutlich, meiner Meinung nach, Vorstand und Aufsichtsrat nicht ganz genau wussten, was der andere sagt. Also nach der Nummer, das können wir festhalten, ist das Tischtuch zwischen Sascha Pellian und Rot-Weiß-Essen endgültig zerschnitten. Ja. Und er guckt die Spiele weiter bei Magenta statt im VIP-Bereich. Wenn er überhaupt noch Lust hat, jetzt irgendwas zu gucken. Also wenn man Fan ist, und das ist er ja, dann hört das ja wahrscheinlich nicht vom einen auf den anderen Tag auf. Aber ich schätze mal, wie Markus Ulich im Stadion zu sehen, wird in nächster Zeit eher unwahrscheinlich sein. Gehe ich auch nicht von aus. Okay. Die JHV war nicht das Einzige, was an diesem Wochenende passiert ist, sondern es gab da auch noch ein Spiel im Niederrhein-Pokal gegen Hilden. 2 zu 0 gewonnen, war ja auch wirklich ein Pflichtsieg. Allerdings hat sich RWE da wieder schwer getan. Oder Martin, was sagst du? Ja, es war eine sehr, sehr schwere Geburt, muss man sagen. Also bevor das Tor fiel in der 77. Minute, hatte man sich fast schon mit dem Gedanken angefühlt, dass es hier in eine Verlängerung geht. Also es war der erwartete Spielverlauf. Hilden hat natürlich nichts getan für die Offensive, stand hinten drin, hatte einen Innenverteidiger, vier Meter groß ist und alle Reingaben da rausgeköpft hat. Und RWE ist einfach viel zu wenig eingefallen. Man hatte zwar eine ordentliche Struktur, hat aber zu langsam gespielt und hat es auch nicht geschafft, irgendwie sich mal über Außen, was du dann eben machen musst, dann gegen so einen tiefsteigen Gegner, mich mal im 1 gegen 1 durchzusetzen, bis zur Grundlinie vorzudringen und dann den Ball reinzuspielen. Das ist einfach viel zu selten gelungen. Es gab auch viel zu wenig hochgerätige Torchancen, nach der Halbzeit die ersten zwei richtig guten. Und ja, da kann man schon von Glück reden, dass das eine Tor dann gefallen ist in der 77. Minute. Ich wollte gerade sagen, hat RWE denn was getan in der Offensive? Wenn du sagst, Hilden hat nichts getan, da sind wir ja wieder bei unserem Lieblingsthema. Natürlich haben sie es versucht, ist ja sonnenklar, aber am Ende des Tages, ja, du musst Laufwege anbieten, du musst in der Lage sein. Ich meine, wir reden ja von einem Drittligisten gegen den Oberligisten und nach dem Spiel gab es ja sehr, sehr deutliche Kritik von Christoph Dabrowski an beiden Flügelspielern. Er hat jetzt die Namen nicht genannt, aber eigentlich war klar, wer gemeint war. Ramien Safi wurde sogar beim Stand von 0 zu 0 ausgewechselt für KMA-Jugendlicher, also, ja, eine kräftigere Ohrfeil kannst du vom Trainer nicht bekommen. Joseph Boyamba auf der anderen Seite hat auch wirklich nicht zustande bekommen, eine ganz, ganz schwache Leistung, ist dann auch schon nach einer Stunde ausgewechselt worden und, ja, da auf dem Flügel fehlten dann irgendwie auch so die Alternativen. Kelce Wusu ist nach wie vor nicht so weit. Diese Zerrung hat er sich dann wohl als Muskelfaserriss herausgestellt, man hofft, dass er in Dresden spielen kann. Robby Dehese ist auch noch verletzt, hat aber auch noch nicht nachweisen können, dass er, ja, ein Drittliganiveau mitbringt, das muss er erst noch und demnach hapert es so ein bisschen auf den Flügelpositionen, wenn man sich die Tore anschaut. Bisher gab es eins in der Mannschaft durch Ramin Safi und das fehlt halt einfach. Vom offensiven Flügel musst du einfach eine höhere Produktion erwarten, die gab es ja im letzten Jahr. Man hat so viel über Isi Jan geschimpft, aber ich glaube, aktuell wäre man froh, wenn man ihn im Kader hätte. Puh, ja, ich habe auch oft über ihn geschimpft und deshalb würde ich da eigentlich ungern zurückrudern jetzt, aber es ist in der Tat so, dass wirklich über die Außen relativ wenig passiert. Marvin Obos kam schwer in die Saison auch letztes Jahr, der hat dann auch so ein bisschen gebraucht, aber es sollte so langsam mal was passieren, denn wir haben jetzt schon so oft über die Offensive geredet und man kann jetzt auch nicht immer davon ausgehen, dass das Ahmet Aslan da alle Kohlen aus dem Feuer reißt, also muss ich langsam mal die Produktivität auf mehrere Schultern verteilen. Ja, es gäbe ja was Positives mit Manuel Winzer, weil er sein erstes Pflichtspiel-Tor erzielt, wir haben ja in der letzten Folge auch schon über ihn gesprochen, dass er dem Essener Spiel doch gut tut, dass er eine Art spielenden Neun ist, immer anspielbereit, technisch echt sehr versiert ist, das hilft dem Spiel schon. Nichtsdestotrotz fehlt natürlich irgendwie noch eine andere Art von Stürmer, ein bisschen wuchtigerer Typ, aber Winzheimer macht ordentlich Fortschritte und das ist zumindest schon mal ein Lichtblick. Okay, dann schauen wir zum Schluss noch mal nach vorne auf das nächste Ligaspiel gegen Dynamo Dresden, die sind aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, RWE auf dem zwölften, das wird ein ganz schön schwieriges Spiel, oder? Was sagt ihr? Treffen der Ex, Kraulich, Kraulich, Arslan, Schapina bei Dynamo und Dresden hat sie auch nicht mit Ruhmeklecker die letzten Spiele, die haben in der Liga nicht überzeugen können, sind im Landespokal rausgeflogen, Chemnitz, ja, also ist jetzt auch nicht alles Gold, was da glänzt, die sind zwar Zweiter, aber so wie letztes Jahr schon ein bisschen, werden als großer Favorit gehandelt, aber wanken immer so ein bisschen, also man hat nicht das Gefühl, dass die komplette Konstanz da ist, dementsprechend ist sicherlich was machbar, auch wenn Dresden für mich Favorit ist, dann mit 30.000 im Rücken und ja, RWE wird erstmal sich ein bisschen auf die Defensive konzentrieren können und versuchen dann über Konter da vielleicht doch noch was zu reißen. Ich bin gespannt, wie Dabrowski aufstellen wird, zuletzt ging es immer besser mit der Dreierkette, die er im Laufe des Spiels dann umgestellt hat von der Vierer auf die Dreierkette, ob er vielleicht diesmal so beginnt oder ob er erstmal sagt, nee, bleibt erst erstmal beim Alten und vielleicht im Spielverlauf nochmal umstellen. Ja, es war ja immer eine Umstellung auf eine eher offensivere Ausrichtung. Dreierkette mit zwei Stürmern, so werden sie sicherlich nicht beginnen, aber trotzdem wäre es vielleicht eine Möglichkeit mit drei starken Innenverteidigern, sprich Alonso, Schulz, Kraulich, mit denen anzufangen, weil man wird ja schon eine druckvolle Dresdner Mannschaft erwarten, das könnte vielleicht so ein Mittel sein, aber ja, muss man schauen. Personell wird sich ein bisschen was tun, Lukas Brumme wird zurückkehren, Altschberger kommt zurück, Owusu muss man schauen, ob das vielleicht schon reicht, von Anfang an sicherlich nicht, aber vielleicht kann er ja mal mit seiner Dynamik zumindest eine halbe Stunde helfen. Ja, also man muss es irgendwie schaffen, wie das eben so ist bei solchen Gegnern, bei Dynamo Dresden, die erste Halbzeit, die erste halbe Stunde mindestens überstehen und dann Nadelstiche setzen. Drin ist auf jeden Fall was, ist dritte Liga. Ja, wir werden am Montag wieder hier im Talk darüber sprechen. Wir bedanken uns bei allen, die zugeschaut und zugehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet auf eurer liebsten Podcast-Plattform, wenn ihr uns einen Daumen hoch bei YouTube gebt oder auch, wenn ihr uns Feedback gebt, da könnt ihr uns gerne per E-Mail schreiben an vonnerhafenstraße InsideRWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke-Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße at funkemedien.de Und alle Fußball-News gibt es täglich auf spartz.de slash sport